Moin, in diesem Video geht es um Kohleintopf kochen und haltbar machen. Ich habe hier Wirsinkohl drin, man kann aber auch natürlich Weißkohl nehmen oder Chinakohl, Spitzkohl oder worauf man gerade Lust hat oder was man verarbeiten muss aus dem Acker zum Beispiel. Geht total einfach und das Geniale ist einfach nachher das Glas öffnen, einmal im Topf erhitzen den Glasinhalt und dann hat man schon eine warme Mahlzeit auf dem Teller. Das ist super genial. Für den Kohleintopf brauchst du 1 Kilo Kohl, 250 Gramm Speckwürfel, 2 Zwiebeln, 1 Esslöffel Gemüsebrühpulver, 400 Gramm Kartoffeln festkochend, 700 Milliliter Wasser und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Achtet bitte darauf, dass das Gemüsebrühpulver einkochbar ist und dass das Salz ohne Jodtrennmittel oder Rieselhilfen ist. Das Video, wie ich einkochbares Gemüsebrühpulver herstelle, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Zuerst gebe ich die Speckwürfel und die Zwiebeln in einen ausreichend großen Topf und brate alles an. Gelegentlich rühre ich das mal um, damit mir auch nichts anbrennt. Dann bereite ich den Wirsingkohl vor. Wie gesagt, man kann das auch mit Weißkohl machen. Den schneide ich in mundgerechte Stücke und gebe ihn mit in den Topf. Hier gebe ich dann nochmal den Deckel auf den Topf, damit der Kohl ein bisschen in sich zusammenfällt. Dann kommen die geschälten und in Stücke geschnittenen Kartoffeln dazu, das Gemüsebrühpulver und eventuell nochmal zusätzlich Salz, je nachdem wie salzig eure Gemüsebrüh ist und schließlich das Wasser. Jetzt noch den Deckel obendrauf und das Ganze 20 Minuten circa köcheln lassen. Zwischendurch kann man mal gucken und einmal umrühren, damit die Kartoffeln auch unter die Flüssigkeit kommen. Vorher konnte ich das nicht umrühren, weil das einfach eine zu feste Masse war. Dann könnt ihr nochmal abschmecken und gegebenenfalls nochmal pfeffern. Also bei uns muss unbedingt Pfeffer ran. Ich kenne aber auch welche, die kochen das ohne Pfeffer. Deswegen schmeckt das für euch ab, so wie es euch am besten schmeckt. Nach den 20 Minuten mache ich dann den Piks-Test, ob die Kartoffeln schon gar sind und wenn sie gar sind, dann kann schon abgefüllt werden. Dazu gebe ich einfach den Eintopf mit einem Trichter in das Glas, stopfe das nochmal ein bisschen runter, damit da auch mehr in das Glas reinpasst. Dann oben nochmal ein bisschen Flüssigkeit drauf. Nochmal ein bisschen unter die Flüssigkeit drücken und dann einmal den Glasrand mit einem sauberen Tuch sauber machen. Die Gummidichtung kommt auf den Deckel bei den neueren Gläsern und bei den alten Gläsern kommt die Gummidichtung auf den Glasrand. Die neueren Weckgläser werden mit zwei Klammern verschlossen, die sich gegenüber liegen müssen. Die neueren Gläser werden mit einer Bügelklammer, die auch mittig vom Glas sitzt, verschlossen. Hier kommt dann nochmal mein Fingertest. Man sollte immer ungefähr zwei Zentimeter unterm Rand bleiben. Dafür nehme ich dann immer zum Abmessen meinen Finger. Wenn denn der ganze Eintopf in den Gläsern abgefüllt ist, kommt schon der Einkochtopf zum Einsatz. Wer keinen so einen riesen Einkochtopf hat, kann das auch in einen normalen Topf machen und wer auch kein Gitter für den Topf hat, kann auch ein Geschirrtuch reinlegen. Wie immer beim Einkochen ist es wichtig, wenn die Gläser, also das Einkoch gut heiß ist, dann muss man auch heißes Wasser in dem Einkochtopf haben. Wenn man kaltes Einkoch gut hat, dann muss man auch kaltes Wasser im Einkochtopf haben. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Gläser sonst platzen, also immer schön die Temperatur vom Wasser anpassen. Die Wasserhöhe im Einkochtopf sollte immer so hoch sein, dass das höchste Glas im Topf zu mindestens zwei Drittel im Wasser steht. Dann gebe ich nochmal einen Schuss Essigessenz dazu, damit es keine unschönen Kalkränder gibt. Man muss es nicht machen, man kann auch danach die Gläser putzen. Habe ich keine Lust drauf. Dann kommt der Deckel auf den Topf und das Thermometer dazu und das Ganze wird auf 100 Grad erhitzt. Sobald die Temperatur erreicht ist, beginnt die Einkochzeit von zwei Stunden. Nach Ablauf der Einkochzeit müssen die Gläser unbedingt aus dem Wasserbad rausgenommen werden, denn nur durch das schnelle Abkühlen kann später das Vakuum entstehen. Die Gläser werden auf ein Tuch gestellt und da bleiben sie 22 bis 24 Stunden lang stehen. Bitte auch kein Tuch darüber legen oder irgendwas anderes. Es kann sein, dass erst nach 21 Stunden solche großen Gläser Vakuum gezogen haben. Wenn man also zu früh die Klammern abmacht, kann es sein, dass die Gläser kein Vakuum gezogen haben. Dann hat man nichts falsch gemacht, außer zu früh die Klammern abgemacht. Deswegen rate ich immer erst so ab 22 Stunden die Klammern zu entfernen. Denn innerhalb von 24 Stunden kann man ein Glas erneut einkochen. Dann gilt die gleiche Einkochzeit und Temperatur. Wenn ein Glas mal nicht zu sein sollte und man sich wirklich an die 22, 23 Stunden gehalten hat und dann erst die Klammern entfernt hat, dann sollte man recherchieren, woran es lag. Entweder hat man den Rand nicht so sauber gemacht, die Gummis nicht richtig abgekocht oder vielleicht hatte der Deckel oder dass der Glasrand einen Sprung, dass sie da wieder Luft gezogen haben. Das kann ganz viele verschiedene Ursachen sein. Manchmal sind auch die Klammern ausgelatscht. Dann muss man die durch neue ersetzen. Es hört sich schwieriger an, wie es ist. Also nur Mut mit Nachmachen. Die Rückfallquote, die ich bis jetzt hatte, die ist so gering. Ich habe manchmal Probleme mit den alten Wegläsern, weil ich dann nicht darauf geachtet habe, dass der Deckel zum Beispiel einen Sprung hatte. So, genug gequatscht. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir.